Hallo ihr Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal nur ein ganz kurzes Video, weil ich nur eine kurze Info habe. Und zwar wegen dem Postfach. Ich kann leider kein Postfach aufnehmen bis jetzt, weil ich noch nicht volljährig bin. Das heißt, mir können nur die Leute was zusenden, die meine Adresse haben oder meine Handynummer. Oder wenn ihr Snapchat haben solltet oder Skype. In Snapchat heiße ich Janina White 007. Oder in Skype heiße ich Janina, äh, nein Quatsch, Ninsi 0071. Und dann könntet ihr mich da anschreiben. Dann können wir Handynummern und oder Adressen austauschen. Dann könntet ihr mir doch Fanpost schicken, falls ihr wollt. Und sonst tut mir leid. Also mir können nur die, die mit mir in der Klasse sind oder die mich halt kennen, wie schon gesagt, die meine Adresse haben, Fanpost geben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann Tschüss.